Ja, was ich sehr spannend finde an dem Projekt, was ich jetzt aber nicht genau weiß, was sehr speziell ist und sehr besonderes ist, dass wir sehr viel über die Musik reden und daran feilen. Das läuft natürlich parallel mit vielen Spielen. Ich glaube, die Botschaft der Band ist, dass man... dass es sich lohnt, kompromisslos Musik zu machen und vor allem ohne irgendwelche Vorbehalte oder ohne irgendwelche, ohne sich an ihnen etwas festzumachen. Das ist auch das, was ich an David und Konstantin sehr schätze, dass sie den Kompetitionen immer sehr vorbehaltslos begegnen und einfach spielen. Im Vordergrund steht bei mir eigentlich, dass es mir selber eine Freude bleibt. Also die Kompositionen sind sehr inspirierend eigentlich. Man kann wirklich was damit anfangen. Die haben schon einen recht konkreten Charakter und es fällt einem da eigentlich gar nicht schwer, dann Sachen dazu zu erfinden oder im Dialog mit der Band ein Fundament und Ideen zu finden. Weil einfach schon von der Komposition so viel da ist, dass das dann leicht fällt. Für mich ist das Wichtigste an der Arbeit mit Musik oder überhaupt an Musik, dass es authentisch bleibt. Also ich glaube das Wichtigste ist halt Kommunikation auf verschiedenen Ebenen. Also Kommunikation während dem Spielen und Kommunikation wenn man nicht spielt. Das ist beides einfach essentiell und das eine funktioniert eh meistens ohne das andere. Und so schließt sich der Gleis wieder. Das ist einfach der Team, der Musiksprache. Oder wie. .. Musik 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 Gewalt Untertitelung des ZDF, 2020